Jo! Was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zu einem Special FAQ mit Red, Chaos, Freak und Knappi. Los geht's mit der ersten Frage. Wo ist denn mein Ding jetzt? Mein Handy? Ja, Moin. Ich hab's doch gelegen. Digga, da auf dein Bett, Alter. Auf dieser Eintisch-Dienst-Ding. Kleiner Frechstags-Afghani. Junus möchte wissen, was denkst du, wie Red reagieren würde, wenn ihr seine Schuhe verbrennen würdet? So, Freunde, wir gucken, was die Jungs so machen. Ey, wollt ihr mich verarschen? Was macht ihr da? Ich bring euch runter! Tobi fragt, warum kann Martin nicht mit? Ich spüre etwas ganz, ganz Besonderes. Was? Eine Bindung. Wo ist er hin? Ja. Äh, wer ist der unser? Konrad fragt, macht auch mal eine Lattenschuss-Challenge. Let's go! Ein Durchgang, der Verlierer bekommt Arschbolzen und das ist die Latte. Vamos! Nein! Oh! Wow, der war nicht. Nur KS hat getroffen, das heißt, Red, Krapi und ich stellen uns jetzt hin für einmal Arschbolzen. Wollt ihr mal vier Schwitzer, zwei Controller aufnehmen? Vier Schwitzer, zwei Controller, Krapi und ich sind oben und ja, wir spielen jetzt bis drei Kills 101. Wir ficken jetzt. Weg, 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 weg. Wir gehen andersrum, wir gehen andersrum, scheiß auf. Alter, eine Transwarfers ist ganz anders, Mann. Okay, komm. 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 Okay... Ich kann nichts machen. Gehen? Weck, weg, weg! Wir müssen reviven! Wir müssen reviven! Ok, jetzt komm. OHHHHH! Der hat doch Haus kurz. Was für Haus? Nimm dich so weg. Wir spielen LAN, Digger. Komm, komm, komm. Was mit deinem Scheiss? Komm her. Ziel, ziel. Easy! Ja, Digger, easy 3-0 Jungs, hau da rein. Challenge für Barca, mach einen Backflip vom Zehner. Er hat gerade so seinen Nacken geklatscht, das war nicht so lustig, Digger. Arthur fragt, könnt ihr mal ein Wettrennen machen? Ein kleines 2 gegen 2 Turnier. Käse gegen mich als erstes. Auf die Plätze. Fertig. Nooo. Goofy. No, no. Arthur ist der Verlierer, er hat sie erst nicht mehr geschafft. Bro, okay. Das ist der Pegel. It was this moment that everybody knew they fucked up. Alter, hast doch Bock mein Schwanz zu machen. Freundschaft oder Scarf? Scarf? Haut rein, Jungs. Ist nicht deine Ernst, oder? Ja. Das Beste, was ihr alle gemeinsam erlebt habt. Auf jeden Fall safe Berlin. Ja. 100% Berlin. Berlin war schön. Einfach unvergesslich, vor über 5000 Zuschauern da zusammen auf die Bühne zu gehen und so. Das war auf jeden Fall schon richtig. Da war deine Just-To-Uber schon glücklich. Ah, das Ding ist so glücklich. Ah! Hier noch ein paar kleine Ausschnitte von Berlin. München. Das war alles. Das war alles. Mieter, das war alles. Nein, das ist unglaublich. Komm jetzt. Sofiane fragt, holt man alle die Begrüßung vom anderen raus? So, du kannst dich vergiss. Weg und ich darf und würde mich wieder ganz gecheckt begrüßen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Hallo, was geht ab, Leute? Brigitte Emre, wie geht's hier? Heute hier zu einem neuen Vlog auf meinem Kanal. Ja, moin, Leute. Ab und auf dran gestalten, meine Freunde, mit einem weiteren Video. Heute gibt's mal wieder ein Vlog. Ich will ja nicht pushen. Die Cheezys sind mal wieder angezogen. Und... Jo, was geht ab, Leute? Jo, was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem... Jo, was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem... Egal. Können Sie alle eine Flachwitz-Challenge machen? Nein. Kommt ein halbes Schwein zum Onkel Doktor und sagt, Herr Doktor, Herr Doktor, ich falle die ganze Zeit um. Was hat nachher los, hier, Digga? Was hat nachher los, ich kann jetzt erzählen mir das mal. Er ist nicht nass, Mann. Er ist gleich weg. Okay, Leute, das war's dann auch schon wieder für heute. Schaut auf jeden Fall bei Red vorbei, da für ihn haben wir einen richtig geilen Telefonverarsche aufgenommen. Bestes Video auf YouTube. Ganz oben in der Videobeschreibung. Und natürlich auch noch bei KS-Streak. Für ihn haben wir eine Fußball-Pool-Challenge aufgenommen, hier bei mir. Und auch noch bei Krapi seinem Kanal vorbeischauen. Also haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Und... Jo, Leute, was geht noch nicht? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ciao.